Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Wie ihr vielleicht schon erkennen könnt, ist es DayZ, der Mod von Arma 2. Und heute dabei ist Markus. Hallo. Ich spiele das heute zum ersten Mal und werde wahrscheinlich viel rumnuben. Und habe gerade angefangen, bin hier bei Kamenka gespawnt. Und Markus ist gerade auf dem Weg, um mich abzuholen. Weil er schon ein bisschen besser ausgerüstet ist als ich, ne? Könnte man sagen, ja. Ein bisschen. Aus welcher Richtung kommst du denn? Wenn du vom Wasser auf die Straße guckst, von rechts. Dann von rechts. Gut, dann lauf ich mal in die Richtung. Nicht hinlegen, nicht hinlegen. Zombies Alive, 70. Ich lauf gerade auf den Schienen lang. Auf den Schienen, okay. Ja. Jetzt bin ich auf der Straße. Keine Zombies sind in der Nähe. Glück gehabt. Ja, die befinden sich eher in der Nähe von Häusern oder sowas. Ja. Siedlungen oder irgendwo. Aber wo es eigentlich... Die sind irgendwo mitten auf dem Land oder mitten auf der Straße. Habe ich bisher jedenfalls selber noch nie gesehen. Oh, mitten auf der Straße habe ich schon öfter gesehen. Ja, ich jetzt nicht. Also mitten auf der Straße meine ich jetzt entfernt von irgendwelchen Siedlungen oder Häusern. Ja, das habe ich auch noch nicht gesehen. Hier ist jetzt so ein Leuchtturm oder so. Den guck ich mir erst mal an. Macht das was. Wahrscheinlich werde ich gleich weggesnackt von irgendwelchen scheiß Zombies. Oh, es klingelt. Ich muss gerade zur Tür gehen. Wir sehen uns... Hören uns gleich wieder. Ich stoppe die Aufnahme gerade, ne? Wenn ich oben bin. Auf dem Leuchtturm. Wäre sonst blöd. Ja, bis gleich, ne? Oh, you have been kicked. Das ist ein gutes Ende. Ja, ich auch gerade. Hallo, wir sind zurück. Ich bin hier in... Da, wo ich eben aufgehört habe. Und hier ist gerade so ein Typ gekommen, der mich SUV irgendwie an... Er hat nichts geschrieben und ich steige dem jetzt mal ins Auto, wenn ich reinkomme. Ich komme aber irgendwie nicht rein. Drück Enter. Ja, geht nicht. Ähm... Äh, geht nicht. Das andere ist Enter. Welches Enter? Egal, Enter. Eigentlich müsste Enter funktionieren, also. Ja, ich komme nicht rein irgendwie. Ja, dann ist der... Keine Ahnung. Lässt er dich nicht rein. Ich komme nicht rein. Naja. Auf jeden Fall haben wir den Server gewechselt, weil wir gekickt wurden und ähm... Ja, keine Ahnung, was der Typ von mir will. Und jetzt verpisst er sich. Hey, Arschloch, warte auf mich. Na, wo kommt der gerade hier zurück? Hä, kann mich ja nicht hören. Aber ich komme da nicht rein in die Karre! Und irgendwie habe ich auch so eine herzliche Leiste offen auf der Seite. Ich weiß nicht, wie die weggeht. Backspace. Rechtsglück. Ähm. Alter, da kann man nicht einsteigen, Mann. Warum kann ich denn da nicht... Versuchst du ja immer noch einsteigen? Ja. Oh Mann. Naja. Ups, das sollte ich nicht machen, sonst werde ich überfahren. Hey, der hat einfach einen Ghillie-Suit. Hey, ich habe da auf der linken Seite irgendwas mit Backspace stehen. Weißt du, wie ich das wegmache, Marcel? Drück mal... Ach, ja, mal... Drück mal rechtsglück. Ich gehe nicht weg. Hey, da sind ja zwei Leute im SUV. Und ich kann noch nichts schreiben, irgendwie. Drück mal Backspace. Was ist denn Backspace? Ja, toll, hat ja viel geholfen. Ja, jetzt ist es weg. Aber rechtsglück. Ja. Nicht... Ja, rechtsglück, ne? Ne, Backspace hätte ich drücken sollen. Ah, sie fahren von mir weg. Was wollten die eigentlich hier? Ja, scheiße. Da war wahrscheinlich ein geiler Hacker, der mich ausrüsten wollte. Ja, scheinbar passiert das andauernd. Ja, scheinbar passiert das andauernd. Ja, scheinbar. Naja, dann gucke ich mir gerade nochmal die Commands an. In der Zeit, wo ich auf Markus warte. Äh, bist du noch am Leuchtturm? Ja, ja. Ach ja, für alle, die es noch nicht gehört haben, ich habe gerade Marcel reingelassen. Ich hätte ihn auch vor der Haustür stehen lassen können. Ja, das wäre voll assi gewesen. Da ist keine Gartentür, Mann. Ich renne wieder Richtung, ähm, rechts, weil du vom Leuchtturm guckst, ne? Also wenn dir jetzt so ein dicker SUV entgegenkommt, ne, da wollte ich gerade einsteigen und konnte es nicht. Also alle, ne, falls ihr wisst, ich bin Fail, dann sieht man immer an den Minecraft-Aufnahmen, den alten, ne? Aber schreibt mal drunter, warum das so da dran liegen könnte oder was ich falsch gemacht habe. Ich will ja lernen ein bisschen. Ich spiele ja das zum zweiten Mal heute oder zum dritten Mal. Hubschrauber, Hubschrauber. Was, Hubschrauber? Nein. Alter, was hier abgeht, ey. Hammer. Ja, Markus hat einen Hubschrauber gesehen. Ey, vielleicht ist das dieser Hacker, äh, Hacker. Der ist irgendwie Sweckles oder so. Oh, dieser Feuer ist abgestürzt. Was, der Hubschrauber ist abgestürzt? Guck mal, was drin ist. Ne, verzieh dich lieber, nicht, dass die dich wegsnacken oder so. Ja, hat nicht gedacht, ja. So, hier ist irgendwie so ein Lagerzeug. Noch ein Hubschrauber, was? Was, noch ein Hubschrauber? Ich hatte nur für das Kinder abgeholt. Alter, Marcel, du solltest zugucken, das wird wahrscheinlich lustig werden. Ja, die Slinge war weg gerade, also. Geil. Ich bin jetzt in so einer ein bisschen größeren Stadt. Ich auch, glaube ich. Ja, warte, ich lauf mal auf die Straße zurück. Okay, nein, warte, du bist in zwei Städte. Ja. Zwei Städte, ich bin in einer anderen Stadt. Geil. Ich bin wieder in der, wo wir gestern waren, wofür die Gäste die ganze Zeit in diesem Haus gefailt haben. Ich höre Schüsse. Geil. Aber ich geh jetzt nicht da hin. Dreh dich um und baller sie weg, Alter. Ich muss eine Vision sparen, Junge. Ich hab nicht mehr so viel. Oh, ich hab wieder Zombies angelockt, oder? Ja. Oh, wie sah's, ey? Man, ich laufe hier gerade mitten durch die Stadt und keine Somme bis in der Nähe. Hab ich auch eben gedacht. Alter, da ist ein Typ. Da ist ein Typ. Da ist ein Typ. Alter, der hat ein Sturmgewehr. Der hat ein Sturmgewehr. Der hat eine M60. What the fuck? Der hat mir Zeug dahin gelegt. Erstmal nehmen. Geht nicht. Ja. Ja, ich hab's. Was hast du bekommen? Ja, ich hab's. Ähm, Alice Pack oder so. Ne. Ähm. Ähm. Das hab ich alles. Ne MK hab ich. Ähm. Painkillers hab ich. Äh, Drop Painkillers wollte ich jetzt nicht machen. Guck sie an, Marcel. Ich höre dir zu. Ja, scheiß drauf. Ähm, da ist ein Coyote. Wie rüste ich denn das Coyoten-Pack aus? Oder das Backpack? Normalerweise müsste man das Rechtsklick und dann... Oh Mann, Alter. Ich werd gerade ausgerüstet. Äh, Rechtsklick. Geht nicht. Erstmal den Scheiß mitnehmen. Nice. Alter, guck mal, er schwirrt gerade irgendein Zeug, ey. Mit den Händen. Open, Backpack. Ähm. Ja, Hammer. Was haben wir denn hier Feines? Ähm. MP5 SD, ne, hab ich hier liegen. Oder, ähm, was hab ich ausgerüstet? Ähm. Ähm. Ähm, ne. Das nehm ich mal mit. Ne, das braucht... Sicher? Ne, ich nehm, äh, meine, ähm... Ich nehm das, was ich jetzt hab, die MK48. Weißt du, wie ich, ähm, was, ähm, Gilly-Suit... Äh, ich kann's... Ja, doch, hab's. Nein, das wollte ich nicht. Hab's. Ähm. Weißt du, wie ich den... Hä, der Rucksack geht nicht. Warte, wie geht ein Chat? Weißt du, wie Chat geht? Nicht wirklich. Ne, C ist aufstehen. Dann C. Gucken. Ne. Na, hab ich genau. Options, äh, Controls... Ähm, Chat, Chat. Äh, jetzt sind sie weg. Hm, auf jeden Fall bin ich voll. Ne, will ich nicht. Nein, ich wollte nicht das Gilly-Suit wegpacken. Weißt du, wie ich ein Gilly-Suit anziehe? Ja, hab's an. Hier, ey, ich hab'n Gilly-Suit. Hammer. In den ersten 10 Minuten. Guck mal her, Marcel. Guck mal her. Guck mal her. Ey, ich hab kein Bock auszustellen. Warte, warte, geh. Hier. Hammer, ne? Boah. Hammer, ne? Jo, nice, ey. Aber ich kann irgendwie das Backpack nicht ausrüsten. Du bist wieder da. Ähm. Muss ich erst mal ein Backpack leer räumen, oder was? Oder ich hab, glaub ich, gar keins. Ne, ich hab gar kein Backpack. Hey, das ist ein Toob. Hey, das ist ein Toob. Oh ja, Alter, er rüstet mich auch auf. Lass mal Tür zumachen. Und bandagieren. Alter. Oh mein Gott, ey. Ich hab'ne Makarov oder so. Schon voll. Ne, ne M9 hab ich. Ist ne M9 gut? Keine Ahnung. Ich hab nur Open Dispac Wie geht denn, ähm, neben Da steht immer nur Open Backpack Ich will's aber ausrüsten Es ist voll ätzend, ey Naja So, ähm Warte Ich leg mich mal hier oben hin und guck mal Ähm, wie man das Ausrüstet Erstmal googeln Der EZ-Wiki Ähm Was müsste da stehen? Mit welcher Taste geht das? Backspace Wofür man Backspace doch alles braucht Alter Okay, definitiv Hacker Was hat er dir gegeben?